Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus und willkommen, hier ist wieder Frag Fabian. Ein Jahr ist es in dieser Woche schon her, da wurde das Volksbegehren Artenschutz mit rund 1,7 Millionen Unterschriften zum erfolgreichsten Plebiszit in der Geschichte Bayerns. Dazu schreibt uns die Eva aus meiner Heimat Augsburg. Ich hatte damals den Eindruck, dass euch der Erfolg von Rettet die Bienen eher überrascht hat und ihr Freie Wähler nicht so hundertprozentig davon überzeugt wart. Stimmt das und wie steht ihr heute zum Volksbegehren? Ja, liebe Eva, in der Tat habt ihr alle da draußen uns politisch verantwortlich im Landtag gesagt, wir wollen mehr Arten- und Naturschutz im Freistaat. Und wir haben geliefert. Ganz ehrlich, wer hätte denn damals gedacht, dass die Initiative von ein paar wenigen umweltpolitisch Engagierten plötzlich so durch die Decke gehen würde? Mir zeigt es zunächst einmal, dass es für uns Freie Wähler schon immer richtig war, uns bereits in Oppositionszeiten für mehr direkte Demokratie einzusetzen. Jetzt aber zu deiner eigentlichen Frage. Mehr als 18,4 Prozent der bayerischen Wahlberechtigten haben damals ihre Unterschrift um das Bienenvolksbegehren gesetzt. Die wenigsten dürften den Gesetzesentwurf aber komplett gelesen haben und nichts gegen die Initiatoren, aber das Volksbegehren hat wohl eher jemand an einem Münchner Schreibtisch entworfen, der die Hauptstadt vermutlich nur mit dem Flieger verlässt und noch nie einen Bauernhof von innen gesehen hat. Genau da wird es nämlich kompliziert. Denn der Bayerische Landtag kann das Volksbegehren entweder eins zu eins ablehnen oder annehmen. Im Volksbegehrensgesetzestext dürfen wir jedoch gar nichts ändern, nicht ein einziges Wort. Dort standen zum Teil aber abstruse Regelungen drin, beispielsweise ein Walzverbot auf Wiesen nach dem 15. März zum Schutz von Bodenbrütern. Da gingen dann Bayerns Landwirte zu Recht auf die Barrikaden, denn wie will man eine Wiese, sagen wir mal, auf 900 Metern Höhe im Allgäu vor dem 15. März walzen, wenn da noch zwei Meter Schnee liegen. Stress gab es auch wegen Streuobstwiesen und anderer Details des Gesetzesentwurfs. Glücklicherweise konnten wir im Frühjahr 2019 am Rundentisch Artenschutz dafür sorgen, dass auch die Initiatoren des Volksbegehrens ihre Fehler eingesehen haben. Und wir Freie Wähler hatten in der Bayern-Koalition die zündende Idee. Mittels sogenannter Begleitgesetze, dem Volksbegehren plus, hat Umweltminister Thorsten Glaube im Einvernehmen mit den Initiatoren das, was beim Volksbegehren nicht passte, passend gemacht, kann es nach der Revise annehmen und verbessern. So hat Thorsten auch dafür gesorgt, dass unsere Landwirte nicht noch stärker unter Druck geraten, als sie es derzeit ohnehin schon sind. Denn vergessen wir nicht, unsere Bäuerinnen und Bauern sind diejenigen, die in Bayern ganz entscheidend zum Naturschutz und zum Artenschutz beitragen. Sie sind die Pfleger unserer Kultur, unserer wunderschönen Landschaften und in erster Linie im positiven Sinne dafür verantwortlich, dass unsere Heimat so lebenswert ist, wie sich das darstellt. Insofern ja, der Erfolg des Volksbegehrens hat uns im Bayerischen Landtag überrascht, genauso wie Millionen von Bürgern da draußen. Um dem millionenfach geäußerten Bürgerwillen nach mehr Natur- und Artenschutz nachzukommen, hat der Landtag das Volksbegehren angenommen und das im Übrigen in Rekordzeit. Wie denken wir heute drüber? Es war gut, ein solches Plebiszib mit Signalwirkung zu starten. Denn so gilt im Freistaat heute eines der zukunftsweisendsten Naturschutzgesetze in ganz Europa. Rund 95 Einzelmaßnahmen wurden beschlossen und werden bereits umgesetzt. Eine ganze Reihe von anderen Bundesländern und europäischen Regionen orientieren sich an uns. Es war seinerzeit ja auch immer wieder von einem Versöhnungsgesetz die Rede. Und das ist uns Freien Willen besonders wichtig, denn wir wollen vor allen Dingen die Spaltung von Stadt- und Landbevölkerung aufheben, beide Seiten miteinander ins Gespräch bringen und so dafür sorgen, dass nicht die eine Seite mit dem Finger auf die andere zeigt. Und wir sind der Auffassung, wegen eines Volksbegehrens allein ändert sich leider noch nichts. Nur wenn alle mit anpacken, werden wir wirklich mehr Natur- und Artenschutz erreichen. Wenn ihr hier eine Frage habt, dann postet sie unten in den Kommentaren. Dann geht es vielleicht nächste Woche schon um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian.